Musik Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium. In unserer Predigt-Serie durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute zu Lukas Kapitel 13. Wir lesen miteinander die Verse 6 bis 9. In Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Und was wir hören, sind die Worte des lebendigen Sohnes Gottes. Hier heißt es, er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner. Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab! Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen beim Gebet. Unser großer Herr und König, du mächtiger Gott und Herr im Himmel. Du durchforscht auch uns, auch jeden Einzelnen in unseren Reihen. Und du kennst uns durch und durch. Und so flehen wir nun, Herr, erbarme dich und schenke Frucht und finde Frucht. Herr, dass du uns nicht vertilgen musst. Wir bitten dich, erbarme dich über und schenke uns deine Gnade und wirke in uns, was dir gefällt, Herr, zur Ehre deines Namens allein. Zum Wohl deiner Gemeinde. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir konnten schon heute Morgen die ersten Verse aus diesem 13. Kapitel miteinander studieren. Und wir hörten hier von grausamen Vorfällen, von fürchterlichen Unglücken. Einmal von einem Blutbad, einem Massaker, Menschen, die grausam abgeschlachtet wurden, sind, als sie gerade Opfer darbrachten. Und wir hörten von einer Tragödie, bei der 18 Menschen ums Leben gekommen sind, als ein Turm bei Jerusalem umstürzte. Und all das hörten wir, war schrecklich. Doch wie reagierte Christus darauf? Er lehrte uns, dass wir alle umkommen werden. Genauso alle umkommen werden, wenn wir nicht Buße tun. Ihr werdet alle auf die brutalste und schrecklichste Weise umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Das war die Botschaft von den ersten Versen dieses Kapitels. Wir hörten also, dass die Buße zu Gott das Einzige ist, was uns bewahren kann, vor dem sicheren Untergang in Gottes Strafgericht. Wenn du leben willst, brauchst du Buße. Und deshalb nennt die Schrift auch Buße die Buße zum Leben. Denn nur, wenn du dich hinkehrst zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, und dich abkehrst von all deinen Sünden, kannst du Leben, ewiges Leben finden. Wir hörten auch, dass der Apostel Paulus seinen ganzen Lehrdienst so zusammengefasst hat, in Apostelgeschichte 26, Abvers 20. Er sagt dort, ich verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa, und den Nationen, was? Was hat Paulus verkündigt? Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Und darum geht es, von Herzen umzukehren zu Gott, den Glauben in Jesus Christus, sich abzuwenden von der Sünde, sich zu bekehren und dann Buße zu tun, und zwar der Buße würdige Werke zu vollbringen. Wer Buße tut, trägt Frucht, bringt der Buße würdige Werke hervor. Und damit wollen wir uns heute Abend mehr beschäftigen. Denn Christus erklärt uns nun durch ein Gleichnis, warum das Gericht über Israel kommen sollte und warum es auch über alle anderen Menschen kommt, die keine Buße tun und keine Früchte tragen. Und wieder spricht Christus hier ein Gleichnis aus, das eigentlich so einfach zu verstehen ist. Und doch wird es kein Mensch von ganzem Herzen begreifen und danach tun, wenn Gott nicht Gnade hat. Und darum möge der Herr sich auch jetzt, in diesem Moment, wenn dir Gottes Wort ausgelegt wird, Möge er sich erbarmen über deine Seele, dass das, was du gerade hörst, dir tatsächlich zum ewigen Leben gereicht und du nicht in die ewige Hölle gehst. Möge der Herr sich erbarmen über dich, dass du das hast, wovon Christus hier spricht, nämlich Frucht. Lass uns den Vers 6 miteinander lesen. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Also ein Mann besitzt ein sehr fruchtbares Stück Land, ein Weinberg und dort wächst Wein. Aber das ist schon fast auch in der Heiligen Schrift ein Synonym einfach für einen Obstgarten. Also ein fruchtbares Stück Land, wo alles Mögliche wächst und vor allem Wein. Ein guter, fruchtbarer Platz, ideal, um etwas zu pflanzen. Und hier in diesem Garten wuchs auch ein Feigenbaum. Dort, in diesen Garten, wurde er hineingestellt. So ein Feigenbaum, der kann recht groß werden, mehrere Meter hoch und zweimal pro Jahr trägt er Frucht. Darum liest man in der Heiligen Schrift etwas von den Frühfeigen und von den Spätfeigen. Dieser Baum produziert diese grünen, ja bis zu dunkelvioletten Früchte, die sehr süß sind, weil sie viel Zucker enthalten. Und diese Feigen, die gehören in Israel, gehörten zu den Hauptnahrungsmitteln. Die wurden sogar medizinisch genutzt. Es war gute Frucht. Und tatsächlich lesen wir schon im Garten Eden von einem Feigenbaum. Zumindest von den Blättern, denn Adam und Eva wollten ihre Nacktheit bedecken durch Feigenbaumblätter. Also dieser Baum ist paradiesisch. Er wuchs schon im Garten Eden. Ein wunderbarer Baum. Eine wunderbare Frucht. Und das war das Ideal, der Traum von jedem Israeliten. Ich habe meinen Weinstock und ich habe meinen Feigenbaum. So lesen wir das in der Zeit von Salomo. Da heißt es in 1. Könige 5, Kapfest 5, Und Judah und Israel wohnten in Sicherheit und jeder unter seinen Weinstock und unter seinen Feigenbaum von Dan bis zu Beschäbe, also von oben bis unten des Landes, alle Tage Salomos. Traum. Jede Familie hat seinen Weinstock. Jede Familie hat seinen Feigenbaum. Und so auch hier im Gleichnis. Der Mann hat einen Weinberg, also einen Weinstock und darin gepflanzt auch einen Feigenbaum. Und der Mann erhofft sich von diesem Baumertrag. Süße Früchte, um sie zu genießen, um sie zu verspeisen, um sich daran zu erfreuen. Über was bedeutet das alles? So warum spricht Christus jetzt von einem Feigenbaum? Nun, wenn du das Alte Testament kennst, weißt du, dass immer und immer wieder Menschen mit Bäumen verglichen werden im Alten Testament. Und in Jeremia, Kapitel 24, da erhält Jeremia eine Vision und da sieht er zwei Körbe mit Feigen darin. Und wofür stehen diese Feigen in den Feigenkörben? Für die Bewohner von Judah. Oder der Prophet Hosea. Es heißt in Hosea, Kapitel 9, Vers 10. Wie Trauben in der Wüste fand ich Israel wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Als seinen ersten Trieb sah ich eure Väter. Also die Väter Israels sind wie Frühfeigen an einem Feigenbaum. Beides findet man in der Schrift für Israel. Ein Weinstock, aber auch der Feigenbaum. Beides Bilder für das Volk Gottes. Und beide Vergleiche bringt Christus auch an verschiedenen Stellen in den Evangelien. Und hier ist es der Feigenbaum. Er steht für das Volk Israel. Und dieses Volk ist nicht einfach so auf natürliche Weise entstanden. Er hat es gepflanzt in seinem Weinberg. Es ist sein Werk. Er hat dieses Volk gegründet. Er hat es dorthin verpflanzt, wo es war. Er war irdisch gesehen tatsächlich in ein fruchtbares Land. In ein Land, wo Milch und Honig fließen. Aber wie viel mehr waren sie noch geistlich gesegnet? Überleg dir das, was das für ein blühender Weinberg war, an dem sie eigentlich gesetzt wurden. Und ich meine nicht nur die irdische Fülle, sondern geistlich. Er hat seinen Bund mit ihnen geschlossen. Er gab ihnen das Gesetz und die Propheten, die Aussprüche Gottes. Er gab ihnen sein Haus, die Stiftzüte, der Tempel. Er gab ihnen die Gottesdienste, die Feste. Er gab ihnen Priester. Er gab ihnen geistliche Segnungen, Hülle und Fülle. Männer Gottes, die aufgetreten sind. Richter. Und dann sogar noch einige gottesfürchtige Könige. Er gab ihnen die Offenbarung seiner selbst, wie sonst kein Land auf Erden es erlebt hat. Von der ganzen Erde hat er sie gesetzt in sein Weinberg. Reich gesegnet, wie kein Fleckchen sonst auf Erden. Geistlich gesprochen, müsste man sagen, müsste Israel wachsen und gedeihen. Frucht tragen in Hülle und Fülle. Hervor bringen ohne Ende zu Lob, zum Lob und zur Ehre Gottes. Früchte der Buße, der wahren Gottes Erkenntnis, der wahren Gottes Furcht. Werke der Gerechtigkeit, Werke der Heiligkeit. Sie müssten ein Licht sein für die ganze Welt. Sie müssten reichlich Frucht tragen. Israel müsste geistlich gesprochen ein Eden auf Erden sein, voller Frucht, die Gott verherrlicht. Ein Leben von der Abkehr, von der Sünde. Ein Leben zur Ehre des Herrn, reich an guten Werken. Doch, was war der Fall? Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht und fand keine. Wo der Herr suchte lange Frucht in Israel und mag es auch hier und dort echte, wahre Gläubige gegeben haben, Glaubenshelden inmitten von all dem Verfall, so kann man doch allgemein sprechen, über die große Masse gesagt, er fand keine Frucht. Schon im Alten Testament wird es immer und immer wieder gesagt, dass Gott keine Frucht fand. Du könntest so viele Stellen lesen. Lass mich euch nur ein Beispiel geben. In Micha Kapitel 7. Da heißt es ab Vers 1, Wehe mir, denn mir ist es ergangen, wie beim Einsammeln des Obstes, wie bei der Nachlese der Weinernte, keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Denn verloren gegangen ist der Getreue aus dem Land. Und da ist kein Rechtschaffender unter den Menschen. Sie alle lauern auf Bluttaten. Sie jagen jeder seinem Bruder mit dem Netz. Auf das Böse sind beide Hände aus, um es gut auszuführen. Der Oberste fordert und der Richter richtet gegen Entgelt. Und der Große entscheidet nach der Gier seiner eigenen Seele. Und sie flechten es ineinander. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Und der Rechtschaffendste unter ihnen wie eine Dornhecke. Also der Herr, er sucht und er findet keine Frucht. Die Getreuen im Land, sie sind nicht da. Die Frucht zur Ehre seines Namens ist verschwunden. Und selbst der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Keine Feigen, keine Frucht, keine guten Werke, die sie hervorbringen. Sondern nichts als böse Taten, womit sie den Herrn verunehren. Und wie oft hat der Herr geschaut. Und wie lange hat er gewartet und er fand keine Frucht. Und irgendwann, das lernen wir hier durch dieses Gleichnis, irgendwann reicht es dem Besitzer. Es reicht. Ich habe lange genug geschaut. Der Mann hat einen Gärtner, einen Arbeiter, der sich um die Gartenarbeit hier kümmert. Und was hat er ihm zu sagen? Vers 7. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Also drei Jahre lang komme ich und finde keine Frucht. Ihr Lieben, das ist schon sehr geduldig. Er sagt, nimm den Feigenbaum weg, denn er saugt einfach nur das Wasser und die Nährstoffe raus. Er macht das Land unbrauchbar. Er schadet den anderen Pflanzen. Nimm ihn weg. Und so ist es auch in Bezug auf Israel. Gott, der Vater, sucht Frucht. Wie Jahrhunderte lang suchte er Frucht. Jahrtausende lang. Christus kam auf die Erde. Und tatsächlich war es so, dass er ungefähr drei Jahre lang arbeitete und Frucht suchte. Und irgendwann ist Schluss. Dann sagt der Vater zu seinem Sohn, hau den Baum ab. Es macht keinen Sinn mehr. Und an so viel wurde an diesem Baum gearbeitet. Er hat so viel Aufmerksamkeit bekommen. Er hat so viel gehört. So viele Propheten wurden gesandt. Und am Ende sogar noch der Sohn Gottes schafft diesen Baum weg aus meinen Augen. Schon in Lukas Kapitel 3 sagt Johannes Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte. Schon aber ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Christus kam und er fand keine Frucht. Doch achtet mal auf die große Langmut und die Gnade und die Geduld des Herrn. Vers 8. Er aber sprach und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Wenn der Gärtner hier für Christus steht, dann ist es tatsächlich so, dass er um Schonfrist, um Gnadenfrist bittet. Ähnlich wie Mose, wo Gott sprach, dass er das Volk ausrotten will und Mose doch in Fürbitte eintrat und sagt, erbarme dich. Christus sagt nicht, der Baum, also das Volk verdient ist, dass man wartet. Das, was wir hier hören, ist allein freie, unverdiente, freie Gnade des Herrn. Gib ihm noch einmal Zeit. Nochmal eine Frist. Lass uns noch einmal alles tun. Ich will den Baum umgraben, ich will das Erdreich lockern, ich will Dünger dazugeben, noch einmal besondere Nährstoffe bieten, noch einmal am Ende eine besondere Zeit der Gnade. Und tatsächlich ist auch das, was Israel erlebte. Nach all den Propheten, die gesandt wurden, kam sogar der Sohn Gottes. Wie viel Arbeit wurde da eigentlich getan? Es wurde gepredigt überall in den kleinsten Dörfern. Es wurden Zeichen und Wunder gewirkt. Es wurde gelehrt in Vollmacht. Und dann sandte er noch seine Apostel, die in der Kraft des Geistes umherzogen. Mit anderen Worten, der Herr hat alles getan. Sie haben alles gehört, sie haben alles erlebt, sie haben alles gesehen. Alles, was er tat zu dieser Zeit noch, war vollkommen unverdient. Es ist reine Gnade. Da war nichts, was noch irgendwie Erwartung geweckt hätte, dass sich das noch ändern würde. Wie oft hat er sie zur Buße ermahnt. Christus suchte Frucht und er fand sie nicht. Darum lesen wir in Matthäus Kapitel 21, Abvers 19. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, zu dem Feigenbaum, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und dann in Vers 43 sagt Jesus, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Frucht oder seine Früchte bringen wird. Ihr habt keine Frucht gebracht. Und darum werde ich euch abhauen. Macht Platz für solche, die Frucht bringen. Und wir hörten, das Gericht kam, 70 nach Christus, als Israel gestürzt wurde, als der Tempel abgerissen wurde, als die Menschen gefällt wurden wie Bäume. Und wie viel Geduld hat er gehabt. Doch sie taten keine Buße und brachten keine Früchte. Der Erte Bam über den Überrest Israels. Und er hat Menschen gerettet. Wir lesen das zu Pfingsten, dass Menschen bekehrten, aber von dem großen Volk ist zu sagen, dass er keine Frucht fand. Das Gericht über sie ist gerecht. Es ist das gerechte Gericht Gottes über all jene, die nicht Buße tun und keine Früchte der Buße hervorbringen. Aber, wenn ich jetzt all das gesagt habe, wehe uns, wenn wir uns überheben. Wenn wir stolz sind und uns überheben, denn unser Gericht mag noch viel größer sein. Denn auch von uns erwartet unser Herr Frucht. Von uns als Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist ein Garten, so lädt Paulus es in 1. Korinther 3, Abvers 6. Da sagt er, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau aber seid ihr. Also wir, die Gemeinde, wir sind ein Ackerfeld. Wozu hat Gott dieses Ackerfeld gegründet? Und jetzt hoffe ich, dass du wirklich ernst nimmst, was du jetzt hörst. Verstehst du, dass du auf fruchtbares Land gepflanzt wurdest? Du hast tatsächlich keine Entschuldigung, wenn du keine Frucht bringst. Überleg einmal, wie privilegiert du eigentlich bist, was deinen Standort angeht. Du kannst nicht sagen, dass es an irgendeinem Mangel liegen würde, wo der Herr dich hingestellt hat. Vielleicht wurdest du in eine christliche Familie gestellt, die wie ein Weinberg ist. In so einer Familie muss der Feigenbaum blühen und Früchte bringen. Überleg einmal, von klein auf an erhältst du Nahrung, geistliche Nahrung. Von allen Seiten wirst du umbetet und ermahnt und hast geistliche Vorbilder und Menschen, die sich Zeit nehmen und die auf deine Seele achten. Und was für ein Weinberg des Herrn, in dem du dargestellt wurdest. Wie ein Feigenbaum gepflanzt, inmitten von einer fruchtbaren Stätte. Überleg einmal, wie groß dieser Segen ist. Und dann denk daran, dass du gepflanzt wurdest in eine Gemeinde, wo du das Wort empfängst. Immer und immer wieder, wo du Geschwister hast, die vielleicht reifer sind als du und wo du Vorbilder hast, die in dein Leben hineinsprechen und die dir beistehen. Wie oft wurdest du begossen durch das Wort Gottes, durch Lehre. Wie viel Dünger und Nährstoffe hast du bekommen. Und wenn dir die Hülle und Fülle der Segnungen in der Gemeinde nicht reichen, weil du es vielleicht nicht mehr siehst, suchst du vielleicht Segnungen außerhalb der Gemeinde. Und das macht noch deine Schuld umso größer. Weil du noch mehr empfängst. Du hörst dir Predigten an und liest nährhafte Bücher. Und all das ist an sich gut. Aber was ist, wenn du trotz all des Extradüngers und all der Extrasegnungen, die du zusätzlich noch erhältst, keine Frucht bringst? Müsstest du nicht eigentlich, da wo der Herr dich hingestellt hat, müsstest du nicht ein Eden sein an Gottes Früchten? Wahre Früchte der Buße in deinem Charakter, wie es heißt in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit. Müsste man das nicht alles sehen an deinem Leben, weil der Geist da ist und wirkt? Früchte müsstest du nicht reife, große Früchte tragen, die schon von Weitem zu sehen sind, so viel Segen, wie du empfängst? Und müsste nicht dein Leben neben deinem Charakter auch davon zeugen, dass du voller praktischer, gelebter Taten bist, die tatsächlich Früchte Gottes sind? Dass dein Leben davon zeugt, dass du liebst und dass du dienst und dass du beistehst, wie es heißt in Kolosser Kapitel 1, Vers 10. Wir wollen dem Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, nicht in einigen guten Werken, fruchtbringend in jedem guten Werk. Müsstest du nicht der Zeit nach und des Standortes nach reich sein an guten Werken, des Dienstes, des Gebens, des Zeugnisgebens, der aktiven Liebe überall in deinem Leben? Und vielleicht ist es sogar so, dass der Herr dir noch eine Sonderbehandlung gegeben hat. Wir könnten sagen, eine Wurzelbehandlung, wie hier in diesem Gleichnis etwas, was schmerzhaft ist, wo der Herr an dir gearbeitet hat, in besonderer Weise. Wo er vielleicht so manches geschickt hat in deinem Leben, das sich so anfühlt, als würde er dich aus dem Leben rausreißen. So manche Krankheit und Traurigkeit und Schwierigkeit und Dinge, die Sachen freilegen in deinem Leben. Dass du nochmal ganz neu schauen kannst, ob du eigentlich Wurzeln hast, ob du eigentlich feststehst, ob du eigentlich wirklich gegründet bist in Christus. Und vielleicht hat er nicht nur deine Wurzeln freigelegt, um zu prüfen, vielleicht hat er dir auch noch besondere Gnade des Düngerns geschenkt. Vielleicht hat er dich besonders gesegnet mit Menschen, die er in dein Leben stellt, die dir in besonderer, liebevoller und heiliger Weise beistehen und für dich flehen. Und dir wird vielleicht besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, in so vielen Gesprächen und so vielen Gebeten. Du hast im Grunde eine Extrabehandlung bekommen. All das, damit du Frucht bringst. Ist das so? Ist das so? Gibt es wahre Frucht in deinem Leben zur Ehre des Herrn? Du hattest Gelegenheiten mehr als genug. Du hattest Zeit, mehr als genug Frucht zu bringen. Es ist dann reine Barmherzigkeit, dass du noch nicht abgehauen bist und ins Feuer geworfen wurdest. Und dieser Tag wird kommen, wenn du nicht umkehrst. Solche werden hinweggetan. Christus sagt es uns in Johannes Kapitel 15, wo er den Weinstock nimmt als Vergleich und sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Lass mich dir sagen als Pastor oder lass mich auch sprechen als, ja wir als Pastoren. Wir können bezeugen, dass wir es leider nicht selten sehen mussten, unter vielen Tränen sehen mussten. Dass manche Menschen trotz aller Ermahnung einfach keine Frucht bringen, keine wahre Frucht. Keine wahre Frucht der Buße und der Veränderung und der Abkehr von der Sünde. Keinen wachsenden Hass gegenüber der Sünde. Keine wachsende Freude an Christus und seiner Gnade. Keine wachsende Liebe zur Gemeinde. Keine wachsenden Werke der Liebe. Kein Wachsen im Dienen von Herzen. Kein Wachsen im Gebet. Kein Wachsen im Zeugnis geben. Kein Wachsen in der Demut, in der Ehrfurcht vor dem Heiligen und vor der heiligen Gemeinde. Keine wahre und anhaltende Veränderung und Heiligung in das Bild Jesu Christi. Und nach Jahren schaut man, nach all dem Graben und Extrabehandlung, keine Frucht. Was für ein elender Zustand, von dem es heißt in Hebräer Kapitel 6, Abvers 7, Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Wenn du nicht Frucht bringst, wirst du abgehauen werden und in die ewige Verdammnis gehen. Verstehst du, wie ernst diese Worte sind? Es geht um deine Seele. Es geht um die Ewigkeit. Und Christus duldet das nicht für immer. Er wirft diese Menschen hinaus, denn du machst den Boden unbrauchbar. Wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Energie investieren Menschen in dich? Wie viele Gespräche, wie viel Mühe hätte man investieren können in Menschen, die tatsächlich Frucht bringen? Hätte man investieren können in Menschen, die wachsen? Aber das Einzige, was du hervorgebracht hast, ist ein Ärgernis zu sein für die Gemeinde. Und du behinderst den Dienst und den Einheit und die Liebe. Schon mal, welche Geduld der Herr hat, dass er solchen, dass er im Grunde die Gefäße des Zorns mit Langmut trägt, wie es heißt im Römerbrief. Sogar in der Offenbarung, Kapitel 2, da lesen wir es von Theatürer, von der falschen Prophetin, aus der Perspektive von Christus. Die Gemeinde hätte sie sofort rausschmeißen sollen. Aber aus der Perspektive hier von Christus, da heißt es, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Schon mal, Christus gibt dir Zeit, wie in diesem Gleichnis. Was ist mit dir? Hat er dir Zeit gegeben? Noch einmal, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Und der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Darum geht es. Das ist die Geduld des Herrn. Aber, und das lernen wir, diese Geduld ist begrenzt. Er spricht hier von, lasst uns, lasst uns dem Baum hier noch ein weiteres Jahr geben, ein einziges. Weißt du, es kann sein, dass das Jahr, das vor dir liegt, dein letztes ist. Es kann sein, dass die Zeit vorbei ist, weil du keine Frucht bringst. Verstehst du? Und dein Gericht wird besonders groß sein, weil der Herr dich gestellt hat in einen fruchtbaren Weinberg, ob es eine christliche Familie oder eine wahre biblische Gemeinde ist. Dem, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Nachdem du nun all dies gehört hast, und ich hoffe, dass du es zu Herzen nimmst, sag, was wirst du jetzt tun? Es gibt nur eines, was recht ist zu tun. Du musst zu dem Herrn Jesus Christus kommen und musst zu ihm flehen und sagen, Herr, ich bin in mir selbst nicht ein Baum, der Frucht bringt, aber ich möchte zu deiner Ehre Frucht bringen. Erbarme dich über mich. Hab Erbarmen mit meiner Seele. Herr, aus mir heraus, aus meiner eigenen Kraft heraus, schaffe ich es nicht. Darum sandte Gott seinen Sohn. Der Einzige, der der wahre Baum ist, der vollkommene Frucht trägt. Und dieser Baum, der hat sich fällen lassen für uns, auf das wir Frucht bringen in alle Ewigkeit. Und darum ist deine einzige Hoffnung, die es gibt, Christus, der sagt von sich in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, also wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das war gerade die Sünde Israels, dass sie nicht erkannt haben, dass sie nicht aus sich selbst Frucht bringen können und dass sie darum nicht Christus willkommen geheißen haben, als ihren mächtigen Erlöser, der schaffen wird, dass sie Frucht bringen. Es heißt doch in Jesaja Kapitel 61, wo der Herr spricht, der hat es selbst zitiert am Anfang des Lukas Evangeliums. Da heißt es ab Vers 1, Christus spricht, Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Und jetzt hör mal, Damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Das heißt, wozu ist Christus gekommen? Er ist dazu gekommen, dass wir Pflanzungen des Herrn werden, die wir in uns selbst nur Dornensträucher sind. Er ist gekommen, dass wir Terebinden Gottes werden, dass wir stark stehen in der Gerechtigkeit, des Herrn und Frucht bringen zu seiner Ehre. Es ist sein Werk. Und darum komme ganz neu zu Christus, der deine einzige Hoffnung ist. Komme zu ihm, denn getrennt von ihm kannst du nichts tun. Denn wenn du in ihm bleibst und er in dir, dann wirst du viel Frucht bringen. Also komme heute neu zu Christus und vielleicht heute das erste Mal in Wahrheit zu Christus. Entniedrige dich vor ihm. Bekenne ihm von ganzem Herzen, dass du keine Frucht bringst aus dir selbst, was ihm gefallen könnte, aber dass er gekommen ist, dass er gekommen ist, auf das du nicht umkommst und Frucht bringst und ewiges Leben hast. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Möge der Herr sich über dich, über uns alle erbarmen, dass jeder Einzelne von uns eins mit ihm ist und in ihm bleibt und er Frucht an uns findet, wahre Frucht zum ewigen Leben. Gepriesen sei der Name unseres mächtigen Erlösers, Jesus Christus. Amen. 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 Untertitelung. BR 2018